Servus liebe Leute, wir sind wieder da mit einem weiteren Video und zwar habe ich diesmal die Sims à la V-Box da. Da sind vier Booster drin, zwei Farbenstock, zwei andere. Schauen wir mal, was wir da drin haben. Und wenn ihr in Zukunft solche Videos nicht verpassen wollt, ihr wisst seh, liken, abonnieren, die Glocke aktivieren. Haut rein! Dann hätte ich gesagt, reißen wir auf das gute Stück. Ich glaube, da ist nämlich Nacht in Flammen drin und okay, ich glaube es nicht nur, ich habe es mir extra rausgesucht, die Boxen mit Nacht in Flammen. Da kann nämlich Glurak GX Rainbow drin sein. Blende ich euch natürlich wieder ein. Ich besuche die Karte noch immer, im Display haben wir kein Glück gehabt, da haben wir ja nur das Macho Meizon. Aber jetzt gehen wir mal genauer auf die Karten ein. Schauen wir uns einmal die große Karte an, das ist eh die Oversize-Karte. Wirklich mega schön, mega, mega, mega schön. Und zweimal Farbenstock, einmal Schwert und Schild und einmal, ja, der Code, gönnt euch, Sims à la Collection. Ja, jetzt habt ihr ihn eh schon scannen können. So, dann hätte ich gesagt, mit was fangen wir an? Mit Pikachu? Na, fangen wir an mit Schwert und Schild nach den Flammen zum Schluss. Magst du auch ein Boosterchen haben? Pikachu oder Zarude? Zarude. Na, passt. Dann fangen wir mit Schwert und Schild an. Fangen wir an mit Schwert und Schild Booster. Bin gespannt, ob wir da einen guten Hit draus ziehen. So, glaubt ihr den Code, gönnt euch. Gehen wir es an. So, dann haben wir dann einmal Elektroenergie, Kigalio, Brunuspeere, Aroraenergie, Cotoni, Goldini, Cotoni, urnice, Dicta, Pointscora, Hut, Hut. Memmi haben wir mal Reverse holen und haben wir einen Pull. Pion Draghi. Schade, schade, schade. So, jetzt machen wir das Boosterchen von meiner Freundin auf. Schwert und Schild. So, was haben wir da? Energiekarte, Blitzigl, Glutexo, Ligaangestellte, Zwirlicht, Mauzi, Yanma, Fampi, Pipi, Schichtenergie Reverse holen und die Ponydox. Ich glaube, ich muss ein Mikro ein bisschen umstellen. Ich habe da unten dagegen. So, dann haben wir da, es Pikachu. Gehen wir es an. Hä? Was? Äh, äh. Nein? Ich will es Pikachu jetzt aufmachen. Gut, ich habe dich gemeint. Vielleicht sind wir Pikachu, Wiimax, Rainbow. So, dann haben wir Stahlenergie. Schon wieder Glutexo haben wir vorhin auch schon gehabt. Waschenergie, Schwalbos, Fiffchen, Schuppet, Fampi, mit dem Daddy-Woo so drauf, Samurzel, Pikuta, Pepec und Kokowai. Schade, 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 schade. Nacht in Flammen, gönnt es Nacht in Flammen. Mit einem Shadow drauf. Weil das wäre mega, wenn das gönnen würde. Ich will eh nur, dass ihr das gönnt. So, dann haben wir da für euch den Code. Und da haben wir dann Energiekarte, eh klar. Wege-Cheater, Kilia, Furnifras, Womml, Ladybar, Alula, Slimer, Riolo, Nauzi, Meryl und Tangolos. Schade, keinen Hit. Ich hätte ja noch Boxen hinten. Machen wir noch eine auf? Na? Machen wir noch eine auf? Ja, sicher machen wir noch eine auf. Na sicher. So macht man es professionell auf. So, ich will einen Hit haben. Einen Hit. So, das sind Salah-Karte, glaube ich, brauche ich euch eh nicht zeigen. Da haben wir die Booster. Wieder Nacht in Flammen, Farbenstock und Schwert und Schild. Diesmal mit dem Ho-Oh. So, da. Geben wir es an. Geben wir es an. Nach den Flammen zum Schluss. Schwert und Schild zuerst. Gleich gönnt der Schwert und Schild. Eine Goldkarte. Wäre mega krass. Pflanzenenergie. So, Pflanzenenergie, Galagera-Tax, Srotomrat, Flecklyon, Molonk, Kloptobus, Nebulag, Micro, dann Thermopod, Gortrom, nice, Rare, Reverse, Rare und Pampros. Schade, 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 schade. Schade, schade, schade. Wollen nicht gönnen. Das Zerude. Das Zerude gönnt jetzt. Auch wenn es nicht gönnt. Es macht einfach wieder Spaß, Booster zu öffnen, einfach Booster zu öffnen. Da, Feuerenergie. Magst du auch einen Booster? Celebi oder ist hohe? Egal. Egal, dann kriegst du Celebi. Zwarthronin. Saida. Bikuda. Waumball. Galamauzi. Filino. Glumanda. Alter, das Artwerk ist so mega süß. Dann Unrua Detox und Don't Fun. Dann haben wir da einen Code einmal komplett verkehrt. Ich habe es beim Scannen. Ehe wo ist der? Sie hat mir die ganzen Karten wieder mal verkehrt hergegeben. Mega. Fighting Energy, Tentadell, Jeffron, Gedächtniskapsel. Das ist zum dritten Mal heute die Song. Tarnhell, Hornlyu, Waylma, Ganovil, Girafarig und Hammampull. Oh, Monte Cabo Wimax. Das ist nice. Das ist nice. Hühlen haben wir ja sowieso da. Jetzt habe ich extra schon mehr Platz am Schreibtisch und trotzdem habe ich das Gefühl, dass ich keinen Platz habe. Aber cool, wir haben eine Wimax Karte. Schauen wir es sich einmal genauer an. Monte Cabo Wimax. Megaschön. Und jetzt kommen wir. Es ist Nacht in Flammen. Das muss doch gönnen. Das muss doch gönnen. So, da haben wir einen Code für euch. Gönntes Nacht in Flammen. Feen Energie. Safcon. Porygon 2. Chiavi. Pubungus. Glumanda. Porygon. Meryl. Hothoth. Framed die Trainerkarte. Und haben wir einen Pull. Yes. Ja. Nice. Das war sogar ein Ho-Pack, oder? Das war sogar ein Ho-Pack. Nice. Ho-GX. Mega starke Karte. Die funkelt. Centering ist okay. Aber die ist wirklich schön. Oh ja. Mega krass. Die gefällt mir. Die ist doch wirklich mega schön. Gut, dass wir auch die zweite Box aufgemacht haben. Aber die dritte machen wir nicht auf. Nein. Nein. Alter. Mega krasse Pools. Ho-GX. Die Karte fehlt mir noch in der Sammlung. Das Artwork ist so, wirklich sowas von nice. Ist. Ah. Mega. Das Artwork ist einfach mega. Schön. Auf jeden Fall hat sich ausgezahlt. Ho-Pack. Im Ho-Pack. Das Ho-Ho drinnen gehabt. Wirklich mega krass. Und wenn ihr in der Zukunft eure Videos nicht verpassen wollt. Ihr wisst eh. Liken. Abonnieren. Die Glocke aktivieren. Haut rein. Die Glocke aktivieren. 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 Bis zum nächsten Mal.